Ich bin Roman Friedrich, 45 Jahre alt, Streetworker und hier ist mein Arbeitsplatz. Korwal ist ein Zusammenkunft von 120 unterschiedlichen Kulturen und Nationalitäten. Und da kann man einfach fest davon ausgehen, dass die Menschen, die hier in Korwal leben, schon interkulturelle Kompetenzen besitzen. Mein Job ist hier, Menschen aus Korwal zu helfen, in unterschiedlichen problematischen Lebenssituationen, Altersarmung. Davon sind sehr viele russlanddeutsche Familien betroffen und ich möchte gerne soziale Gerechtigkeit stärken. Ich sehe auch mit meinen eigenen Augen, dass deren Leben aufgrund meiner bescheidenen Hilfe vielleicht doch sich ein bisschen ändert. Typisch russlanddeutsch ist für mich Fleiß und vielleicht Unauffälligkeit. Die russlanddeutschen sind auffällig, unauffällig. Ich bin stolz darauf, was ich tue und ich sehe direkt mit meinen eigenen Augen, wie es Menschen geholfen wird, das, was ich für sie tue. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!